weißt du was taxifahrer ja ich würde wahrscheinlich meinen beruf machen einfach mediengestalter wenn ich das noch aushalten würde so wird es halt ohne spaß machen irgendwie weiß ich nicht oder würden wir einen anderen job suchen aber vielleicht sogar schon familie haben also diese familie hätte man wahrscheinlich schon längst wenn man nicht so krass beschäftigt ja und die ganze zeit unterwegs weil youtube nimmt extrem viel zeit weg wir hätten wahrscheinlich auch schon kinder er zumindest so ein kleiner banger im dorf okay das habt ihr nicht gehört